Ja, hallo und willkommen hier zu IJMBS und heute in dieser berauschenden High-Aid-Qualität. Ja, das kann nicht jeder Channel bieten. Und das ist nicht nur ein normales Video, nein, es ist auch noch ein Prank-Video und wir werden heute wieder den Herrn Specht so richtig hart pranken. Dazu habe ich einen Ingwer und einen Joghurt. Und jetzt machen wir einen Ingwer-Joghurt. Und der Herr Specht mag überhaupt kein Ingwer und überhaupt nichts Scharfes. Und wenn er dann diesen Joghurt essen wird, wird er sich sicherlich... ...legen... ...so... ...was... ...von... ...wird dann so... ...dass er es nicht sieht. Ja, hier sieht man den geschnittenen Ingwer. Hier ist der Joghurt. Den werden wir jetzt öffnen. Ein feiner Joghurt. So, und jetzt nehmen wir diesen Ingwer und werfen ihn einfach hinein. Ja, und da werde ich jetzt dem Herrn Specht sagen, dass das Ananas ist. Das werde ich noch etwas unterrühren und dann werde ich ihm sagen, ich habe ihm einen Fruchtjoghurt gemacht. Ja, jetzt nach dem Aufrühren sieht man den Ingwer gar nicht mehr. Und jetzt gehen wir zu Herrn Specht. So, hier sind wir jetzt bei Herrn Specht. Guten Tag, Herr Specht. Hallo. Hallo. Oh, was machen Sie denn mit dieser alten Kamera da? Ich habe Ihnen einen Fruchtjoghurt gemacht. Schauen Sie mal. Oh, ein Fruchtjoghurt. Das ist aber lecker. Oh, was machen Sie denn da? Was haben Sie denn da drin? Es ist ein Prank. Es ist ein Prank. Das ist Ingwer. Oh, jetzt habe ich Sie aber ordentlich geprankt. Sie, Prank. Ich schmiere Ihnen gleich alles auf die Linse. Ja, das war es auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.